50 Prozent der Unternehmensübergaben scheitern an der richtigen Finanzierung. Das muss nicht sein, es gibt gute Lösungen. Von flexiblen Lösungen über Partnerneckswerke bis hin zu Fördermitteln. Wie finanziere ich solche Unternehmensübernahmen? Diese Antworten gibt es bei uns auf dem Peter-Hertweg-Nachfolger-Forum am 21. und 22. Oktober im Europapark. Herausragende Informationen von brillanten Referenten, ich kann es Ihnen nur empfehlen. Kommen Sie zu uns, wir freuen uns auf Sie.